Herzlich willkommen zur zweiten Episode der Vorlesung Partizipation und Engagement Individuen als öffentlich Handelnde. Nachdem wir uns in der ersten Episode stärker mit strukturellen Rahmenbedingungen und Definitionen des Begriffs Partizipation beschäftigt haben, wird es jetzt sehr stark um psychologische Dimensionen der Beteiligung gehen. Lernziel für diese Episode, Sie kennen psychologische Aspekte, die die Beteiligung von Individuen beeinflussen. Sie wissen, was die Motivation zur Beteiligung und öffentliches Engagement von Individuen beeinflusst. Und Sie kennen verschiedene Gruppenprozesse, wissen über Risikofaktoren Bescheid, die das Treffen von Entscheidungen innerhalb einer Gruppe unter Umständen nicht nur positiv, sondern auch negativ beeinflussen können. Wenn wir uns die psychologischen Dimensionen der Beteiligung ansehen, dann finden auch diese psychologischen Dimensionen in allen verschiedenen Phasen der Beteiligung statt. Das heißt, wir finden psychologische Dimensionen in der Planungsphase. Da geht es vor allen Dingen um Fragen, wie kann ich eigentlich potenziell Betroffene motivieren, sich an dem Prozess zu beteiligen, sich einzubringen. Welche Aspekte der Verteilungsgerechtigkeit spielen hier möglicherweise eine Rolle? Wer wird eigentlich beteiligt? In der Durchführungsphase, wenn wir in der konkreten Bearbeitung in der Beteiligung sind, geht es gerade im Nachhaltigkeitsbereich häufig um Fragestellungen, die relativ komplex sind. Das heißt, wir haben es da nicht mit trivialen Problemen und Aufgaben zu tun, sondern mit stark vernetzten Kontexten. Das heißt, da geht es auch um so etwas wie Konfliktanalysen, komplexes Problemlösen und um Aspekte der Gerechtigkeit in Bezug auf Beteiligung und in Bezug auf Durchführung von Verfahren. Und es geht um Gruppenprozesse. In der letzten Phase, in der Evaluierung, geht es dann schließlich auch darum zu prüfen, wie die Maßnahmen akzeptiert wurden, welche Faktoren Einfluss auf Akzeptanz haben, um für die Zukunft zu lernen und Prozesse immer weiter an die Bedarfe von zu Beteiligenden anzupassen. Die Grundfrage, wenn es um Partizipation geht, ist ganz häufig, wie lassen sich eigentlich potenziell Betroffene motivieren, sich zu beteiligen, wenn zu einem sehr frühen Zeitpunkt noch gar keine persönlichen Vor- und Nachteile erwartet werden. Das Problem daran ist, dass im Prozess, also je mehr formalisiert der Prozess wird, umso stärker wir es mit formalen Prozessen zu tun haben, umso weniger kann eigentlich Einfluss genommen werden. Das heißt, wenn die Prozesse schon weiter vorangeschritten sind, ahnen wir möglicherweise, dass irgendwas im Gange ist und irgendwas geplant wird, was uns betrifft. Dann ist es aber schon so weit, dass wir als BürgerInnen gar nicht mehr so viel Einfluss nehmen können. Zu einem sehr, sehr frühen Zeitpunkt ist der Möglichkeitsraum der Einflussnahme noch sehr groß. Da wissen wir aber häufig noch gar nicht ganz genau, dass wir von irgendwelchen Prozessen tatsächlich betroffen sein könnten. Das heißt, wenn Sie Beteiligung initiieren wollen und das Ziel haben, Menschen einzubeziehen, müssen Sie sich überlegen, wie motiviere ich denn die Bevölkerung oder die potenziell Betroffenen eigentlich, sich zu engagieren. Und das funktioniert in der Regel nicht nur darüber, dass ich Informationen verteile und die Leute darauf hinweise, dass irgendwo am Montag um 16 Uhr ein Beteiligungsverfahren stattfindet. In der Psychologie gibt es ganz viel Untersuchungen und Ansätze, die sich damit beschäftigen, sich Motivstrukturen anzusehen, zum Beispiel von ehrenamtlichem Engagement. Und im weitesten Sinne ist die Beteiligung an Prozessen im öffentlichen Raum eine Form des ehrenamtlichen Engagements. Der Sozialpsychologe Bierhoff hat mit Kollegen zusammen diesen Aspekt ziemlich intensiv untersucht und hat sich angeguckt, welche altruistischen Motive und vielleicht auch welche selbstdienlichen Motive eigentlich eine Rolle dafür spielen, dass Menschen sich ehrenamtlich engagieren, also sich zum Beispiel in solche Beteiligungsprozesse einbringen. Er hat eine ganze Reihe von Erhebungen durchgeführt mit unterschiedlichen standardisierten Instrumenten und konnte zeigen, das verwundert uns jetzt nicht, dass sowas wie politische Verantwortung und soziale Verantwortung selbstverständlich eine große Rolle spielt. In unserem Fall wäre das jetzt vielleicht eine umweltpolitische Verantwortung. Ich fühle mich mitverantwortlich für die Transformation der Gesellschaft hin zu mehr Nachhaltigkeit, weil mir die Nachhaltigkeitsziele persönlich sehr wichtig sind. Das sind dann eher altruistische Motive. Aber es gibt auch Eigeninteressen, die mich vielleicht dazu bringen, mich an einem Verfahren zu beteiligen, weil es mir, weil mir soziale Bindungen wichtig sind, weil ich da Anerkennung erfahren kann, weil ich selbst Erfahrungen sammeln kann. Und diese Motive sind durchaus wichtig für Beteiligungsverfahren. Und wenn ich weiß, dass diese Motive eine Rolle spielen, tue ich natürlich gut daran, auch auf diese Aspekte hinzuweisen, wenn ich Menschen dazu motivieren will, sich an Beteiligungsverfahren einzubringen und sich zu engagieren. Ein anderer Aspekt, auch bekannt aus der Psychologie, der relevant ist, dafür Leute zu motivieren, sich zu engagieren. Dieser Bereich wird Ihnen schon bekannt vorkommen aus der Vorlesungsreihe. Gerhard Riese hat Ihnen schon was zu kollektiver Selbstwirksamkeit, zu sozialer Identität und wahrgenommener sozialer, kollektiver Selbstwirksamkeit erzählt. Und genau diese Aspekte sind natürlich auch wichtig, wenn es darum geht, sich zu motivieren, an Beteiligungsverfahren mitzuwirken. Das heißt, auch im Kontext des umweltpolitischen Engagements spielen diese Aspekte eine große Rolle. Das heißt, wenn es Teil meines Selbstkonzepts ist, wenn es bedeutsam ist, für mich jemand zu sein, der sich nachhaltig mit anderen engagiert oder für Nachhaltigkeitsthemen engagiert, dann werde ich auch eher motiviert sein, an solchen Aktionen teilzunehmen und mich einzubringen. Da geht es darum, die wahrzunehmen, dass ich kollektiv mit anderen wirksam sein kann, Aktionen durchführen kann und dass es dann auch dazu kommt, dass ich bedeutsam Einfluss nehmen kann. Gruppenbasierte Emotionen, auch davon haben Sie schon gehört, spielen hier eine große Rolle. Und wir können auch feststellen, dass gerade diese gruppenbasierten Emotionen häufig eine entscheidende Rolle dafür spielen, dass Leute sich an Protesten beteiligen beispielsweise, weil sie sich gemeinsam in ihrer Gruppe vielleicht sehr, sehr stark über diese Emotionen motivieren. Nicht nur für die Planung und für die Motivation der Teilnehmenden gibt es eine Reihe von Aspekten, die psychologisch spannend und relevant sind. Auch für das Verfahren selber, für die Durchführung. Und die wesentlichen Knackpunkte in der Beteiligung sind die Aspekte der Gerechtigkeit, nämlich die wahrgenommene prozedurale Gerechtigkeit, also sowas wie die Verfahrensgerechtigkeit und die wahrgenommene Verteilungsgerechtigkeit. Dass da jedes Mal wahrgenommen steht, ist ganz besonders wichtig. Aus einer psychologischen Perspektive ist es ziemlich klar, dass wenn wir von Gerechtigkeit reden, dass es immer nur um wahrgenommene Gerechtigkeit gehen kann. Gerechtigkeit ist kein objektiver Begriff, das ist ein subjektiver Begriff. In Alltagskommunikation gehen wir häufig davon aus, dass es die Gerechtigkeit gibt, dass es das gerechte Verfahren gibt. Tatsächlich ist Gerechtigkeit eher auch ein Aspekt von Aushandlung, das heißt, wenn es um Verteilungsgerechtigkeit in dieser Gesellschaft geht, wenn es darum geht, wie wir einen gerechten Weg finden, Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, ist auch das ein gesellschaftlicher Aushandlungsprozess. Und wie können wir psychologisch erklären, dass Menschen ganz unterschiedliche Auffassungen davon haben, was sie als gerecht erleben, also wenn wir Aspekte der Verteilungsgerechtigkeit betrachten. Da hat Stouffer schon 1949 die Theorie der relativen Deprivation vorgestellt und mit dieser Theorie lässt sich sehr schön erklären, warum sich Menschen unter Umständen benachteiligt fühlen, auch wenn wir von außen betrachtet sagen würden, nach objektiven Nachstäben geht es denen doch eigentlich gut, warum fühlen die sich jetzt benachteiligt und andere Leute, denen geht es doch viel schlechter und die beschweren sich nicht. Wie kommt denn das? Und das kann nach dieser Theorie darüber erklärt werden, dass es eine wahrgenommene Diskrepanz gibt zwischen dem, was ich selbst habe und dem, wozu ich mich subjektiv berechtigt fühle. Das heißt, wenn ich einen Anspruch habe oder glaube, mir steht etwas zu und das bekomme ich nicht, dann fühle ich mich ungerecht behandelt, auch wenn ich objektiv gesehen vielleicht nicht weniger habe als andere. Und dabei ist relevant, mit wem ich mich dann eigentlich vergleiche. Also vergleiche ich mich mit anderen Individuen, das wäre dann eine egoistisch relative Deprivation. Also ich gucke mir an, was mein Nachbar hat und sage, warum hat der so viel und ich habe so wenig. Oder vergleiche ich mich mit anderen Gruppen, das wäre dann die fraternale relative Deprivation. Das heißt, ich erlebe mich als Teil einer Gruppe und habe die Wahrnehmung, dass meine Gruppe stärkere Nachteile hat als andere Gruppen in dieser Gesellschaft. Und dabei stärkt die Identifikation mit der eigenen Gruppe wiederum die Wahrscheinlichkeit zu protestieren und engagiert in der Öffentlichkeit aktiv zu werden. Ein anderer theoretischer Ansatz von Adams von 1965 versucht die wahrgenommenen Verteilungsgerechtigkeiten über die Equity-Theorie zu erklären. Und im Rahmen dieser Equity-Theorie gibt es unterschiedliche Maßstäbe, die wir anlegen können, an denen sich festmacht, ob wir etwas als gerecht oder ungerecht wahrnehmen. Der erste Maßstab wäre das Leistungs- und Beitragsprinzip. Wenn ich mich mit anderen darauf einigen kann, dass das die relevante Größe ist, dann würde ich eine Verteilung dann als gerecht bewerten, wenn die Kosten-Nutzen-Relation für alle Betroffenen gleich ist. Das heißt, alle, die sich gleichermaßen engagieren, müssen auch das Gleiche bekommen. Aber selbst wenn ich mich mit anderen darüber einige, dass das Leistungsprinzip relevant ist, kann es dann noch relativ starke Unterschiede darum geben, ob es jetzt wichtig ist, dass ich mich stark engagiere oder ob es auch wichtig ist, dass bei dem Engagement was Erfolg hinten rauskommt. Das heißt, auch darüber kann ich mich dann möglicherweise noch mit anderen kritisch auseinandersetzen. Auch da haben wir vielleicht dann noch unterschiedliche Auffassungen, was eigentlich gerecht ist. Ein anderes Prinzip, was wir anlegen können, ist das Prinzip der Gleichheit. Das heißt, jeder und jeder hat das Recht, die gleichen Dinge zu bekommen. Wir haben alle dieselben Rechte, dieselben Pflichten und dieselben Vor- und Nachteile. Das klingt erstmal so, dass wir uns vielleicht darauf gesellschaftlich ganz gut einigen können. Alle haben die gleichen Rechte, Pflichten, Vor- und Nachteile. Wir alle erkennen aber, glaube ich, Situationen, in denen das nicht ganz so funktioniert, in denen dann doch vielleicht nicht alle die gleichen Rechte, Vor- und Nachteile haben. Und daran stellen sich dann häufig auch bei Beteiligungsverfahren, schließen sich Fragen an, wie können denn gegebenenfalls Unausgewogenheiten kompensiert werden und ausgeglichen werden. Wenn Sie beispielsweise an den Braunkohletagebau denken und dort wird ja zum einen Boden vernichtet, es wird Natur vernichtet und es werden auch ganze Dorfstrukturen und Orte vernichtet. Und wenn wir uns jetzt überlegen, dass die Menschen, die dann da leben, ihr Zuhause verlieren und umgesiedelt werden, stellt sich die Frage, wie können dann diese Unausgewogenheiten, dass diese Menschen davon betroffen sind und andere nicht kompensiert werden, ist das eine angemessene Kompensation, den Menschen Geld anzubieten, sodass sie die Möglichkeit haben, irgendwo anders hinzuziehen. Sie können sich leicht vorstellen, das lässt sich nicht so ohne weiteres beantworten. Das heißt, das ist ein Beispiel dafür, wo wir es mit solchen Unausgewogenheiten zu tun haben, die kompensiert werden. Und die gleiche Frage, zudem stellt sich natürlich auch die Frage, bei Eingriffen in die Natur und Veränderungen in der Natur, da haben wir es dann jetzt nicht mit Menschen zu tun, aber ist es dann gerecht, Unausgewogenheiten zu kompensieren? Das heißt, wenn ich an einer Stelle einen Eingriff in die Natur vornehme, Biodiversität, Vielfalt vernichte, kann ich das darüber kompensieren, indem ich woanders Sachen neu einpflanze? Also das sind Aspekte, die ausgehandelt werden müssen und diskutiert werden müssen und wo wir nicht davon ausgehen können, dass es da einen absoluten Aspekt der Gerechtigkeit, ein absolutes Prinzip der Gerechtigkeit geben kann. Eine andere Dimension wäre das Kriterium der Bedürftigkeit, also das heißt, das Bedürftigkeitsprinzip als Gerechtigkeitsprinzip anzulegen. Wenn wir das tun, würden wir fordern, dass jeder und jede nach den eigenen Bedürfnissen zusätzliche Unterstützung für Menschen mit geringeren Ressourcen geben müssen. Das heißt, Menschen bekommen nicht alle dasselbe, sondern Menschen, die besonders bedürftig sind, bekommen möglicherweise mehr als andere Menschen, die weniger bedürftig sind. Wenn wir uns dem anschließen und sagen, ja, das finden wir gerecht und fair, Bedürftigkeitsprinzip ist etwas, was wir gesellschaftlich anlegen sollten, schließt sich dann natürlich noch die Frage an, wie lässt sich eine besondere Bedürftigkeit festmachen. Das Spannende an diesen Aspekten der Gerechtigkeit ist, dass sie natürlich nicht nur für lokale Verfahren gelten im Bereich von Umweltplanung, sondern auch für internationale Klimaabkommen. Auch hier können wir uns natürlich die Frage stellen, wenn die Folgen des Klimawandels wird die Bevölkerung auf der Welt unterschiedlich stark treffen, an unterschiedlichen Orten unterschiedlich stark treffen und es wird diejenigen besonders treffen, die eher wenig Verantwortung für diesen Klimawandel haben. Sind diese Unausgewogenheiten kompensierbar und wie? Das sind Aspekte, die ausgehandelt werden müssen und für die es mit Sicherheit keine einfachen Antworten gibt. Das waren nun Fragen der Verteilungsgerechtigkeit. Wenn wir uns mit Beteiligungsverfahren im Konkreteren angucken, das heißt, wie findet Partizipation und Beteiligung konkret in der Umsetzung statt, dann haben wir es zusätzlich auch noch mit der wahrgenommenen Verfahrensgerechtigkeit zu tun. Das heißt, als wie fair, als wie gerecht erleben die Beteiligten das Verfahren, das stattfindet. Und Thiebaud und Walker haben da in den 70er Jahren zwei Faktoren aufgezeigt und sagen, entscheidend für die wahrgenommene prozedurale Gerechtigkeit ist die Prozesskontrolle, also Process Control. Das heißt, die Beteiligten müssen maximal viel Einflussmöglichkeiten haben auf die Spielregeln des Verfahrens. Das heißt, sie müssen die Spielregeln mitgestalten können in dem Beteiligungsverfahren. Und der zweite Faktor ist Decision Control. Das heißt, die Beteiligten sollten möglichst viel Einflussmöglichkeiten haben auf die Entscheidung selbst, die in dem Verfahren getroffen wird. Leventhal hat in den 80ern noch zusätzliche Faktoren hinzugefügt und hebt ab auf die Unbefangenheit der entscheidenden, urteilenden Personen, dass das eine relevante Größe ist, was ich ganz spannend finde, weil das natürlich impliziert, dass nicht die Beteiligten selber die Entscheidung treffen, sondern dass es eine andere Instanz gibt, die die Entscheidung trifft und die sollte unbefangen sein. Könnten die auch annehmen und sagen, die Beteiligten selbst sollten die Entscheidungsmacht haben, dann würde sich diese Frage nicht stellen. Es geht um Konsistenz über Personen und Zeit. Das ist wichtig für die prozedurale Gerechtigkeit. Ein ganz großes Problem bei Beteiligungsverfahren, weil wenn wir es mit größeren Gruppen zu tun haben, ist die Wahrscheinlichkeit nicht groß, wenn es über einen langen Zeitraum hinweg geht, dass die Personen über die Zeit hinweg tatsächlich immer konsistent sind. Was aber ein wichtiger Faktor ist, ist die Genauigkeit, mit der die vereinbarten Verfahrensregeln angewendet werden und auch die Korrigierbarkeit von Entscheidungen. Das heißt, dass ich Entscheidungen treffe, die die Möglichkeit einer Nachjustierung lassen. Das ist etwas, was Leute in der Regel eher als gerechter empfinden. Und sowas wie die Repräsentativität der eingebrachten Meinungen und die Ausrichtungen an ethisch-normativen Prinzipien. Das heißt, wenn wir es im Kontext der Transformation hin zu einer nachhaltigen Gesellschaft, einer Gesellschaft der Nachhaltigkeit zu tun haben, dann wäre eben dieses Prinzip Nachhaltigkeit ein normatives, ethisches Prinzip, was als Rahmung dem Partizipationsverfahren vorgegeben wäre und was immer deutlich werden muss. Das bedeutet auch, dass ich zwar offen bin in dem Verfahren und die Beteiligten mitgestalten lasse, aber ich würde diesen normativen Rahmen der Nachhaltigkeit nicht verlassen. Sprich, wenn Beteiligte mitten im Verfahren auf die Idee kämen, dass ihnen die Nachhaltigkeitsziele nichts bedeuten und dass ihnen das jetzt nicht so wichtig ist, dann würden wir in dem Moment den ethischen normativen Rahmen, den Gesamtrahmen des Verfahrens verlassen und genau da wäre dann die Grenze erreicht. Tyler gibt noch ein paar zusätzliche Faktoren hinzu, nämlich Vertrauen der Betroffenen in die Motive der EntscheidungsträgerInnen und die Möglichkeit, sich einzubringen, seine Meinung kundzutun, was er Voice nennt und nicht zuletzt der respektvolle Umgang. Das heißt, dass es wichtig ist, dass auch in dem Verfahren selber respektvoll miteinander umgegangen wird und bestimmte Regeln des Miteinanderumgehens eingehalten werden. Das sind so kurz zusammengefasst die wichtigsten Aspekte der Prozeduralen und der Verteilungsgerechtigkeit in Beteiligungsverfahren. Ein anderer Aspekt, der bei der Durchführung von Beteiligungsverfahren durchaus auch eine wichtige Rolle spielt, sind Gruppenprozesse. Allgemein gehen wir gerne davon aus, dass Gruppenprozesse immer sehr positiv sind. Alle haben diese gestalttheoretischen Prinzipien im Kopf, die fallen vielen Menschen sofort dazu ein. Das Ganze ist etwas anderes als die Summe seiner Teile. Das heißt, eine Gruppe ist irgendwie mehr und besser und leistungsfähiger. Wir wissen allerdings aus der Sozialpsychologie, dass Gruppenprozesse nicht unbedingt dazu führen, dass die Gruppe nur Vorteile hat, dass Leistungen besser werden. Wir haben natürlich eine ganze Menge von vielen unterschiedlichen Erfahrungen. Das ist gut, auch um gemeinsam neue Sachen zu entwickeln. Aber es gibt auch so ein paar Fallstricke von Gruppenprozessen, die auch in Beteiligungsverfahren durchaus eine Rolle spielen können. Das eine ist das, was wir als Risky Shift kennen, also der sogenannte Risikoschub. Was ist damit gemeint? Es handelt sich um die Tendenz von Gruppen, eher riskantere Entscheidungen zu treffen. Das heißt, wir wissen, dass Menschen, die in einer Gruppe, besonders wenn diese Gruppe eher homogen ist und diese Gruppe sehr lange Zeit zusammen, intensiv zusammenarbeitet, also eine stark ausgeprägte Gruppenidentität hat, eher dazu neigt, sich riskanter zu verhalten, sehr risikoreiche Entscheidungen zu treffen. Das hat damit zu tun, dass auch in dem Prozess selbst in der Gruppe eher so etwas wie eine Verantwortungsdiffusion erlebt wird. Das heißt, ich erlebe mich nicht mehr so stark selbst als Individuum verantwortlich für die Dinge, die da passieren. Und der andere Aspekt ist, dass es zu einer stärkeren Polarisierung zu Extremen der Gruppenmeinungen im Laufe der Diskussionen gibt. Das heißt, es ist natürlich einerseits gut, dass Gruppen auch experimentierfreudiger gegebenenfalls sein können. Aber wenn ich ein Beteiligungsverfahren leite, moderiere, steuere, sollte ich im Blick haben, dass Gruppen unter Umständen in dieser Situation dazu neigen könnten, besonders riskante Entscheidungen zu treffen. Der Bruder des Risky-Shift ist das sogenannte Groupthink, wo auch in der Sozialpsychologie schon lange, schon seit den 70er Jahren darüber berichtet wird. Und dieses Gruppendenken, Groupthink, meint die Tendenz, sich als Gruppe gegen andere Meinungen und Auffassungen zu immunisieren. Und verbunden mit dem Verzicht auf eine kritische Selbstreflexion der Gruppe, mit dem Ziel, die Harmonie der eigenen Gruppe nicht zu gefährden. Das bedeutet, dass ich mich so ein bisschen einschwöre auf das, was ich glaube, was meine Gruppe, mit der ich mich sehr stark identifiziere, was diese Gruppe will, welche Ziele erreicht werden sollen. Und diese Auffassungen sind dann zunehmend, werden immer zentraler, wichtiger. Und ich lasse es immer weniger zu, mir möglicherweise andere Meinungen, gegensätzige Meinungen anzuhören. Und die Gruppe selber stellt auch nicht mehr in Frage, ob die Ziele, die sie eigentlich erreichen will, noch die richtigen sind, ob nachjustiert werden müsste. Weil nämlich diese Gruppenidentität auch nicht gestört werden soll. Was sind so typische Symptome dieses Groupthings, wenn wir in Prozessen uns das ansehen? So etwas wie eine Illusion der Unverwundbarkeit, eine Selbstzensur. Also Kritik wird nicht zugelassen. Es wird unter Umständen Druck auf Abweichlerinnen ausgeübt, die plötzlich eine andere Meinung vertreten, weil damit ja unter Umständen das Risiko verbunden sein könnte, dass diese Person jetzt eher schon fast zu einer anderen Gruppe, zu einer anderen Akteursgruppe, einer anderen Interessensgruppe gehören könnte. Ein anderes Symptom ist der Glaube an eine höhere Moralität der eigenen Gruppe. Man fühlt sich selber auf jeden Fall auf der moralisch besseren, richtigeren Seite. Ein Glaube an die kollektive Rationalität, also das, was wir gemeinsam als richtig empfinden. Wenn wir das gemeinsam richtig finden, dann ist es auch wahrscheinlicher, dass es tatsächlich richtig ist. Und die Zunahme von Stereotypen, Fremdbildern, Feindbildern. Auch das ist symptomatisch für eine Zunahme des Groupthink. Und diese Aspekte führen insgesamt dazu, dass wir in der Beteiligung, in einem Beteiligungsverfahren wahrscheinlich eher suboptimale Lösungen entwickeln. Beispiele aus der Weltpolitik, Invasion der Schweinebucht auf Kuba, Watergate-Affäre, das sind Beispiele, wo Sie in der Literatur ganz viel finden werden, wo dieser Aspekt des Groupthink tatsächlich aufgedröselt wird und sehr schön gezeigt wird, wie diese Gruppendynamiken dazu führen, dass suboptimale Entscheidungen getroffen werden und eine Krise stärker eskaliert, als sie hätte eskalieren müssen. Was sind strukturelle Risikofaktoren? Wenn die Gruppe sehr homogen ist, wenn die Gruppenmitgliederzusammensetzung sehr homogen sind, wenn es einen hohen Zeitdruck gibt, wenn es wenig standardisierte Entscheidungsprozeduren gibt und wenn es eine sehr direktive Gruppenleitung gibt. Das sind strukturelle Risikofaktoren, die den Groupthink stärker befördern. Die gute Nachricht, es gibt auch Strategien gegen Groupthink und Risky Shift, indem wir zum Beispiel in Beteiligungsprozessen in der Partizipation die Gruppe ermutigen zu Kritik. Das heißt, wenn die Moderatorin, der Moderator explizit immer wieder dazu auffordert, auch Kritik zu äußern. Eine andere Strategie ist, Gruppen unterschiedlich neu zusammenzusetzen, Untergruppen zu bilden und diese Untergruppen an unterschiedlichen Themen parallel des gleichen Problems arbeiten zu lassen. Eine andere Strategie Außenstehende einbeziehen. Vielleicht erinnern Sie sich an das Verfahren der Planungszelle aus der vorangegangenen Episode. Die Planungszelle beinhaltet ja auch die Einbeziehung von Expertinnen und Experten in den Prozess. Das wäre zum Beispiel eine ganz gute Strategie. Die Implementierung eines Advocatus Diaboli, auch das kann eine gute Maßnahme sein, in einer feststehenden Gruppe diesen starken Gruppendruck so ein bisschen aufzubrechen. Ganz wichtig, am Ende bedenken, nicht untergehen lassen und aufgreifen. Und auf jeden Fall der wichtigste aller Punkte, Zeitdruck nehmen. Also das Gift für ein Beteiligungsverfahren ist, so etwas wie Zeitdruck zu erzeugen und zu sagen, Sie müssen sich jetzt entscheiden, weil wir müssen bis heute Abend fertig werden. Also das ist eigentlich Gift und das führt nicht dazu, dass nachhaltige, sinnvolle Entscheidungen getroffen werden. Die letzte Phase der Beteiligung, die Evaluationsphase, die meiner Meinung nach ganz essentiell ist und wichtig ist, damit wir für die Zukunft unsere Verfahren besser machen können und angemessener machen können. Hier geht es um Methoden der formativen und summativen Evaluation und um die Akzeptanz der entwickelten Maßnahmen und Entschlüsse. Es ist im Moment nicht so, dass es schon ein vorgefertigtes Methodeninventar, ein Tool geben würde, wo ich Ihnen jetzt empfehlen könnte, wenden Sie das an und damit können Sie Beteiligungsverfahren wunderbar evaluieren. Auch hier sind wir noch in dem Prozess. Goldschmidt hat in seiner Promotion 2014 theoriebasiert Metakriterien für die Evaluierung von Beteiligungsverfahren entwickelt und er schlägt insgesamt sechs dieser Metakriterien vor. Er schlägt vor zu prüfen, inwieweit ist es zu einer Kompetenzentwicklung gekommen, wie sieht es aus mit der wahrgenommenen Fairness, also die Prozedurale und Verteilungsgerechtigkeit spielen hier eine Rolle, mit der Transparenz des Verfahrens, wie effizient war das Verfahren, wie effektiv war es. Vielleicht, wenn Sie das jetzt ansehen, finden Sie das plausibel und sagen, ja, da scheinen mir plausible sechs Metakriterien zu sein. Möglicherweise sehen Sie aber auch noch andere Ziele, die wichtig sind und das ist genau der springende Punkt. Vor einer Evaluation eines solchen Verfahrens muss es eigentlich darum gehen, zum einen sich über wissenschaftlich fundierte Qualitätskriterien zu verständigen und da so weit wie möglich gute, methodisch abgesicherte Verfahren anzuwenden, aber es geht natürlich auch um die Entwicklung von fallspezifischen Methoden, weil nicht jedes partizipative Verfahren, ich habe vorher schon von der methodischen Flexibilität und Offenheit gesprochen, nicht jedes Verfahren kann gleich sein und sollte nicht gleich sein und insofern kann ein einheitliches Evaluationsverfahren der Vielfalt von Beteiligungsverfahren, der Vielfalt der eingesetzten Methoden, der Kontexte gar nicht gerecht werden. Das heißt, es ist natürlich naiv zu glauben, dass es einen Baukasten geben kann, der alle Verfahren evaluiert, aber wir sollten uns über grundlegende Qualitätskriterien verständigen und vor allen Dingen vorher festlegen, welche Ziele mit der Beteiligung eigentlich erreicht werden sollen. Warum ist das so wichtig? Weil ich ganz fest glaube, dass wir Entscheidungshilfen statt Mythen brauchen, das heißt, wir brauchen Qualitätskriterien für die Bewertung, um Entscheidungshilfen geben zu können für oder gegen spezifische Formen der Beteiligung. Was wir stattdessen haben, ist im Moment eigentlich so eine Ansammlung von Mythen über Partizipation und Beteiligung. Alle finden irgendwie Beteiligung gut und da sind wir uns irgendwie auch alle einig, dass das was Gutes ist. Und sehr verbreitet ist in diesem Zusammenhang das, was ich Akzeptanzbeschaffungsmythos nennen würde, nämlich die Idee, dass ein Beteiligungsverfahren die Akzeptanz von Maßnahmen erhöht. Das ist methodisch, das ist nicht haltbar wissenschaftlich. Es gibt keine Daten, die das bekräftigen würden, dass das dem tatsächlich so ist. Und ich glaube auch nicht, dass es plausibel ist. Es wird aber vielfach angenommen. Das heißt, häufig wird Beteiligung durchgeführt mit der Idee, dass eine Maßnahme, die Entscheidungsträger Ihnen schon im Kopf haben, danach besser akzeptiert werden, wenn noch ein Beteiligungsverfahren eingeschaltet wird. Was Beteiligung bringen kann, ist, dass eine faire Beteiligung mit Möglichkeiten der Einflussnahme eine wesentliche Voraussetzung bietet für die Akzeptanz von Entscheidungen und Maßnahmen. Aber natürlich keine Garantie, weil es kann natürlich sein, dass ich an einem fairen Beteiligungsverfahren teilgenommen habe, viele Möglichkeiten hatte, mich einzubringen, Prozesse besser verstehe und nach all dem fundiert jetzt die Entscheidung treffen kann, dass ich trotzdem gegen die Maßnahme bin. Das heißt, die Beteiligung bietet eine gute Voraussetzung mitzugestalten, aber sie wird nicht unbedingt garantieren, dass Entscheidungen, die woanders getroffen werden, auch besser akzeptiert werden. Die Lösung aus diesem Dilemma ahnen Sie wahrscheinlich schon, es geht eher darum, nicht Entscheidungen vorzugeben und die dann hinterher zu legitimieren zu versuchen, sondern es geht darum, mit den BürgerInnen gemeinsam Prozesse zu entwickeln, Lösungen, kreative Lösungen für die konkreten Kontexte zu entwickeln, um so gemeinschaftlich eine Transformation hin zu mehr Nachhaltigkeit in dieser Gesellschaft zu schaffen. Zusammenfassend, was sind die psychologischen Dimensionen der Beteiligung? Es geht um die Motivation, sich überhaupt zu engagieren, mitzumachen, beeinflusst durch altruistische, selbstdienliche Motive, durch Aspekte wie Selbstwirksamkeit und Verteilungsgerechtigkeit. Es geht um Gruppenprozesse während des Beteiligungsverfahrens, also auch um Gefahren bei Gruppenprozessen wie Groupthink und Risky Shift und es geht darum, zukünftig intensiver und strukturierter partizipative Prozesse zu evaluieren, um Entscheidungshilfen bieten zu können. Fazit, Betroffene sollten so früh wie möglich in Prozesse einbezogen werden und wenn wir die Betroffenen einbeziehen, sollten wir die Entscheidungsspielräume auch klar und eindeutig kommunizieren, also keine falschen Erwartungen wecken, die dann hinterher nicht eingefüllt werden können. Die Verfahrensgerechtigkeit muss im Blick behalten werden, Verfahrensschritte müssen zu jedem Zeitpunkt transparent bleiben, wir müssen wertschätzende Kommunikation sichern und Bürgerinnen als AlltagsexpertInnen respektieren, die Interessen der Beteiligten beachten und die sind immer wichtiger als der Prozess selber, Gruppenprozesse berücksichtigen, also Zeitdruck nehmen und die Evaluationen sicherstellen.